Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Lasst uns heute über das Thema Urvertrauen sprechen und wie wir unseren Babys davon reichlich mit auf den Weg geben können. Und das Schöne am Thema Urvertrauen ist, selbst wenn wir Erwachsenen davon nicht genügend in der eigenen Kindheit bekommen haben, wir können es trotzdem besser machen und unsere Babys und kleinen Kinder von Anfang an voller Urvertrauen, Selbstbewusstsein groß werden lassen. Ja, wir sind hier in den Tiroler Bergen, von denen man jetzt nicht allzu viel sehen kann, weil es draußen einfach mal schon dunkel ist, in den Ferien. Und der liebe Micha, seine Schwester wohnt auch nicht weit, hat uns jetzt besucht und haben wir gedacht, komm, wir machen ein Video. Wir wollten heute den ganzen Tag drehen, aber glaubt mir, es ging nicht. Es ging hier drunter und drüber. So, jetzt schlafen alle und wir hoffen, dass der Kleine auch wirklich die paar Minuten schläft, sodass wir einmal dieses wichtige Thema Urvertrauen besprechen können. Urvertrauen ist das kostbare Geschenk, was wir unseren Babys mit auf den Weg geben können. Es wird in den ersten Lebensmonaten die Basis gelegt und bis zum siebten Lebensjahr gebaut. Ja, das heißt, wenn man am Anfang etwas verpasst, kann man das noch nachholen. Ja, aber nichtsdestotrotz wäre es eigentlich schön von Anfang an, das Baby oder unsere Engelchen mit diesem wundervollen Geschenk des Urvertrauens groß werden zu lassen. Fehlt das, fehlt diese stabile Beziehung, dieser emotionale Halt im Heranwachsen in diesen ersten Lebensjahren, dann macht sich das als Jugendlicher und Erwachsener leider bemerkbar durch ein fehlendes Selbstwertgefühl, fehlendes Selbstvertrauen, Ängste, Unsicherheiten, emotionale Instabilitäten und auch Minderwertigkeitsgefühle, Komplexe und mit allem, was dann dazu gehört. Also drei Dinge, die wirklich wichtig sind in den ersten Lebensmonaten. Lass uns das Thema Urvertrauen langfristig angehen. Ich mache vielleicht auch ein Thema, wie du als Erwachsener dir dein Urvertrauen wieder zurückholen kannst, aber selbstverständlich in einem anderen Video. Aktuell ist unser fünftes Wunder drei Monate alt und deswegen lass uns die ersten drei Monate erstmal anschauen. Da geht es darum, das Gefühl des Mutterleibes weiterzuführen. Im Mutterleib ist die Welt für unsere Engelchen in Ordnung. Perfekt. Wenn sie auf die Welt kommen, ist da ein Schock. Und das Urvertrauen wird in den ersten drei Monaten durch diese drei Dinge maßgeblich gestärkt. Und zwar den Mutterleib fortführen im Sinne von, wann immer dein Engelchen Hunger hat, es stillen oder Fläschchen geben, je nachdem, was du machst. Aber auf jeden Fall immer für Nahrung sorgen. Es ist noch nicht bereit, reguliert zu werden. Es kommt schlau auf die Welt und weiß genau, wann es was, wann, wie braucht. Also stillen, stillen, stillen oder füttern, 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 wann immer das Baby das möchte. Und auch solange das Baby es möchte. Deswegen gibt es ja auch das Wochenbett. Da überhaupt nicht eingreifen. Und dann reguliert sich das auch schon von alleine nach den ersten Wochen. Also mein Kleiner ist jetzt zwölf Wochen alt und der trinkt, wenn er Cluster trinkt, dann hat das auch einen guten Grund. Also Clusterfeeding ist ja dieses, wenn Sie wieder sehr häufig in sehr kurzen Abständen an die Brust wollen, was aber mit drei Monaten nicht mehr an der Tagesordnung ist, sondern eben nur noch in Schüben stattfindet, weil durch dieses Clusterfeeding wird die Milchproduktion erhöht und ein Wachs und der, das Baby weiß genau, wann der nächste Wachstumsschub kommt, dann wird mehr Milch benötigt und dann ist sie auch da. Also es ist ein wunderbar schlaues System und da am besten gar nicht eingreifen. Also immer stillen, wann Baby möchte. Zweitens, so viel Tragen wie möglich, so viel Körperkontakt wie möglich. Es war ja neun Monate da drin. Es wurde getragen und geschaukelt. Und Babys sind Tragelinge. Unsere Bedürfnisse sind noch aus einer Zeit vom vordem Sesshaftsein. Das heißt, ein Baby, das, bevor wir angefangen haben, Häuser zu bauen, das ist ja erst 7000 Jahre her, 100.000 davor, sind wir marschiert mit unserem Baby auf dem Rücken oder vor dem Bauch oder auch auf den Schultern, je nachdem, welche Kultur wo lang gewandert ist. Und deswegen gehört zum Kontinuum, zum Erfüllen des Urvertrauens für ein Baby, so viel wie möglich getragen zu werden. In der Natur, früher hätte ein Baby abgelegt, weggelegt, auf dem Rücken, allein wo liegen, bedeutet, es hat ein Problem. Es wurde vergessen, es wurde zurückgelassen und es muss jetzt um Hilfe schreien. Also, so viel Körperkontakt wie möglich. Und die dritte Sache ist, spielt in den ersten zwei, drei Wochen noch nicht so eine große Rolle, wird jetzt aber zum dritten Monat immer wichtiger, ist Zuspruch, Kommunikation, Augenkontakt, Mimik. Da sind wir jetzt in einer neuen, herausfordernden Zeit. Das ist ja eigentlich das Selbstverständlichste, dass man sein Baby so oft anschauen möchte wie möglich, so viel hinschaut, so viel redet. Sie lächeln ja auch schon mit drei Monaten. Sie belohnen einen ja so sehr für den Augenkontakt und die Ansprache, die sie auch so sehr brauchen, sonst würden sie nicht so viel lächeln. Es ist wahnsinnig wichtig für deren Entwicklung, für die gesunde, geistige, mentale Entwicklung, dass sie ganz viel Zusprache bekommen. Da möchte ich jetzt nicht Texte zumüllen. Es geht hier auch noch gar nicht um die Sprachentwicklung. Es geht um die emotionale Stabilität, um den Aufbau. Und deswegen ist es ganz wichtig und für uns in dieser Handyzeit, ja, also ich sage mal, Baby hier stehen und da gucken ist in Ordnung bis zu einem gewissen Punkt. Ja, ich will niemandem sein Handy verbieten, aber wenn das Baby dann den Körperkontakt sucht, wäre es schön, wenn das die Eltern auch bemerken und keine Zombies sind. Smartphone-Zombies, wichtig. So wird das Urvertrauen in den ersten Monaten stabil aufgebaut. Kommen wir zu den Don'ts. Was machen wir bitte nicht mit unseren kleinen, noch so hilflosen Engelchen? Schreien lassen, alleine schreien lassen. Das ist das absolute No-Go. Wir reden gleich über Schreibabys und wenn die Mama mal eine Pause braucht. Das ist ein anderes Thema, ja, aber im Großen und Ganzen. Ein Baby, das weint, wir Eltern haben ja auch den Instinkt, es sofort hochzuheben und an uns zu tragen. Und das ist richtig. Unsere Instinkte weisen uns da den Weg. Viele Jahrzehnte lang wurde den Müttern geraten, die Babys wegzulegen, damit sich der Rücken gesund entwickelt. Das Einzige, was sich daran gesund entwickelt hat, ist das fehlende Urvertrauen und der Bandscheibenvorfall und die Hüftfehlstellung. Also ein weinendes Baby bitte immer unbedingt halten. Und es ist vielleicht auch einmal im Hinterkopf Wissen, wenn ein Baby weint und wir haben dafür gesorgt, dass es satt ist, dass es windelfrisch, nicht zu warm, nicht zu kalt, alles stimmt. Dann ist es in Ordnung, dass ein Baby weint. Es wird schon was haben, das ist auch ein ganz großer, ganz wichtiger Punkt. Babys weinen nicht ohne Grund. Aber der Grund kann auch eine Reizüberflutung sein. Wir können ja nichts dafür, dass die Welt so voller Reize ist. Ein Grund kann eine Kolik sein. Babys können nun mal keine Medikament. Also wir können nicht jedes Wehwehchen mit einem Medikament lösen. Oder Wachstumsschmerzen. Könnt ihr euch an eure Pubertät erinnern, wenn die Beine gewachsen sind, wie schmerzhaft das war? Wachsen ist schmerzhaft. Zähne bekommen ist schmerzhaft. Das findet natürlich jetzt noch nicht zum dritten Monat statt. Aber Babys weinen. Und Babys dürfen weinen. Und wir Eltern dürfen unsere Babys dabei begleiten und halten. Baby nicht trainieren im Sinne von Schlaftraining, Abhärtungstraining. Also da gibt es die abstrusesten Dinge, die alle wahnsinnig schlecht sind für das Urvertrauen eines Babys. Also dieses Schlaftraining da, ich könnte direkt losheulen, wenn ich da in dieses Schlaftrainingsbuch, das es da auf dem Markt gibt, reinlese. Es ist für Erwachsene schwer, alleine zu schlafen. Überleg dir, wie es dir geht, wenn dein Partner nicht da ist und du alleine schlafen musst. Wie kann das von einem Baby erwartet werden? Kleinkinder. Wir reden jetzt nicht über Kleinkinder. Wir reden jetzt auch nicht darüber, dass es vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt nur mal dazugehört. Aber wir reden jetzt über die ersten drei Monate. Und ein Baby, Schlaf trainieren zu wollen oder anderer Punkt, abhärten zu wollen, das sind, ja, das machen wir bitte nicht. Don't. Der dritte Punkt, den brauche ich eigentlich gar nicht sagen, der erklärt sich von selber und das würde auch wahrscheinlich in unserer feinen Community niemals jemand machen, aber ich nenne es trotzdem, denn es ist wirklich fatal für die gesunde, körperliche, körperliche ebenso und geistige Entwicklung unserer Engelchen ist Gewalt in jeder Art. Sei es körperliche Gewalt, verbale Gewalt, emotionale Gewalt und da geht es schon sehr früh los, dass Babys Trauma erleben können und ja, emotionale Instabilitäten durch, ja, Gewaltmisshandlung kann ich alles gar nicht aussprechen. Ihr Lieben, ihr wisst, was ich meine, das ist selbstverständlich. Und jetzt möchte ich dieses Video beenden mit einem ganz, mit einer, also diese drei No-Gos, die wir gerade aufgezählt haben. Ja, die sind ja wahrscheinlich in den allerwenigsten Köpfen drin und deswegen möchte ich das Video beenden mit einer Beruhigung, weil mit die häufigste Nachricht, die ich bekomme zum Thema Urvertrauen ist, liebe Leila, mein Baby hat zehn Minuten geweint. Ich hatte es zwar auf dem Arm, aber habe ich jetzt das Urvertrauen zerstört oder liebe Leila, ich habe den Kleinen ins Bett gebracht, den Großen ins Bett gebracht, die Kleine hat 20 Minuten geweint, habe ich das Urvertrauen kaputt gemacht. Nein, das hast du sicher nicht. Um ein Urvertrauen zu zerstören, bedarf es weitaus mehr, nämlich die drei letzten Punkte im Extrem ausgeführt. Und Babys trainieren wollen, abhärten wollen, Babys Gewalt antun und Babys schreien, einsam lassen, was ja auch eine Form von Training ist. Wenn ein Baby mal weint, wenn ein Baby mal, weil es nicht anders geht, weggelegt werden muss, wenn ein Baby mal, wo runterfällt, um Gottes Willen, das muss natürlich so gut es geht verhindert werden, aber fast jedes Baby fällt mal wo runter, oder fällt mal auch später hin, ja, das zerstört kein Urvertrauen. Ja, und ich finde es eigentlich so schön, dass, ich weiß noch, wie ich mit dem Kanal angefangen habe vor sieben Jahren, oder wie ich überhaupt mit dem Mütterberaten angefangen habe vor 18 Jahren, vor 17, 18 Jahren, da war das noch, da musste ich mich richtig teilweise, da musste ich richtig gegen Mauern reden und sprechen, wenn es um das Thema Urvertrauen aufbauen ging. Heute hat sich das Blatt ja wunderbar gewendet. Und ich muss eher Mütter beruhigen, die Angst haben, das Urvertrauen kaputt gemacht zu haben. Deswegen auch diese drei Dinge, die das Urvertrauen wirklich kaputt machen, die sind nämlich dramatisch. So, also, du bist die beste Mama für dein Baby, ihr seid die besten Eltern für euer Baby und ich bin überrascht. Und, Micha, wir sollten öfter nachts drehen oder spät abends, es scheint ja zu funktionieren. Bis zum nächsten Video. Ciao, tschüss.